Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe des offiziellen Bibi Blocksberg Podcasts, Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder und es ist wieder Quizzeit! Hippipura! Das war Stefan. Oder andersrum gesagt. Juhu! Ja, guck mal. Genau. Aus welcher Folge kommt dieses Juhu? Oh Gott, ich glaube das gibt es gar nicht in einer Folge, aber oder es gibt es in jeder Folge, kann auch sein. Wollte ich gerade sagen. Worum geht es heute? Wir haben schon mal in einem anderen Quiz uns gegenseitig die ersten Sätze einer Folge vorgespielt und der andere musste raten, woher diese Sätze kommen. Ich habe übrigens gewonnen. Du hast gewonnen. Ich wollte es noch mal anmerken. Dafür hattest du, genau, 15 Punkte in Deutschland. Wie richtig? Genau. Und dann habe ich irgendwann mal überlegt, ey lass uns doch mal anhand der letzten Sätze die Folgen erraten versuchen und dann fiel uns halt auf, ja gut, aber die enden ja alle mit Tschüss, einem sehr ähnlich betonten Tschüss vom Erzähler. Und dann haben wir gedacht, wir machen es ein bisschen größer und nehmen einfach so die letzten zwei, drei Sätze. Ja. Und anhand derer versuchen wir uns jetzt gegenseitig die Punkte abzujagen. Und trotzdem sind wir uns dessen bewusst, dass das weitaus schwerer ist, als die ersten Sätze zu erraten. Auf jeden Fall. Weil es einfach so ist, man ist ja beim ersten Satz meistens direkt im Hörspiel drin. Und das ist ja wie beim Film. Du weißt, wie so ein Film anfängt, aber wie der aufhört, da musst du immer nachdenken. Da muss man sich konzentrieren bis ganz zum Ende. Genau. Auf jeden Fall. Und wir haben jeder acht rausgesucht. Ja. Und ist die Frage, was passiert, wenn wir Gleichstand am Ende haben. Aber so wird es nicht kommen, weil einer von uns wird halt einfach gewinnen. Das ist einfach so. Und ich würde dir den Vortritt lassen, mich als erstes raten zu lassen. Und wir brauchen einen Punkterichter. Das mache ich. Okay, ich habe es noch auch schon aufgeschrieben, von daher. Wenn ich die Punkte zähle, ist alles richtig. Wenn du die Punkte zählst, ist alles richtig. Da sage ich nur eins zu. Los geht's. Los geht's. Okay. Und der Bürgermeister tauft im Schulgarten fünf Milchkühe. Und ich? Ich mache jetzt Schluss und überlege mir die nächste Bibi Blocksberg-Geschichte. Tschüss. Das dürfte Mamis Geburtstag sein. Korrekt. Denn, ähm. Da kann man nur sagen, Applaus, Applaus, ne? Oder es gibt so wunderschöne Sachen hier. Juhu! Ja, guck mal, siehste. Ähm. Denn Barbara hat ja durchgesetzt, dass die Schulspeisung in Neustadt besser wird. Und ab sofort wohnen im Schulgarten Milchkühe. Genau. Ein Punkt für Antje. Mal gucken, ob du... Muss ich nachlegen. ...ob du diesen Punkt, ähm, dir jetzt verdienst. So. Nun ist die Geschichte aber wirklich zu Ende. Und ich will jetzt auch los. Ich möchte unbedingt noch ein Eis essen gehen. Ich kenne da eine tolle Eisdiele. Schnuffi, kommst du mit, ja? Habe ich mir gedacht. Du auch, Bibi? Klar, immer. Gut. Dann lass uns gehen. Und ihr da. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Okay, bevor ich's auflöse, das scheint auch so ein wiederkennendes Merkmal zu sein in den Kiddings-Hörspielen. Die essen da ständig alle Eis. Kann ich gut mit leben. Momentan nicht. Denn unser Eismann bei mir zu Hause kommt nicht mehr. Aber wir haben gestern leckeres Eis gegessen. Also ich zumindest. Ich hatte auch Vanille-Eis-Käste am Abend. Ja, guck mal. So viel zu unseren Unternehmungen. Wenn wir gemeinsam mal Podcast aufnehmen, gibt's Eis. Gut, jetzt muss man sagen, was die Auflösung betrifft, am Ende ist es so ein bisschen gespoilert worden mit Schnuffi. Es war dreimal schwarzer Kater. Das ist völlig korrekt. Also steht es eins zu eins. Und weil du gerade etwas mit Eis gebracht hast, geht's jetzt für dich weiter mit diesem Ausschnitt. Bin ich gespannt. Oh, Bibi, danke. Lecker. Wirklich. Na denn, tschüss. Du mit deinen verrückten Ideen. Mh. Und euch auch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wir haben beide eine Vorliebe für Eis, ne? Ja. Du mit deinen verrückten Ideen. Ich lege mich fest, es könnte der kleine Hexer sein. Äh, da sag ich erstmal. Auweia. Okay. Aber du liegst von der Folgennummer nicht weit daneben. Dann war es das Schulfest. Denn am Ende essen sie ja alle irgendwie Himbeereis, glaube ich, oder? Wenn das jetzt wäre, kriege ich den Punkt trotzdem nicht, weil ich habe ja erst der Hexer gesagt. Also, es ist auch ein Fest, es ist aber nicht das Schulfest, es ist das Sportfest. Ach Mensch, aber da essen sie auch am Ende Eis. Ja, hinterher dieses riesengroße Schwimmbecken voller Eis. Und dann beschwert sich ja der Erzähler und dann kriegt er deshalb dieses Eis gehext. Deshalb, ja, du hast völlig recht. Aber es hätte auch Sinn gemacht, dass sie es beim Schulfest machen. Da gibt es ja Himbeereis am italienischen Strand. Und generell wird auch einfach viel gesagt. Aber ich glaube, das Schulfest endet, glaube ich, mit, ich hoffe, ihr freut euch auch auf die Schule so wie Bibi. Aber gut. Okay. Ne, gut. Also, 2-1 für dich. Mal gucken, was, ne, gar nicht wahr. 1-1 noch. 1-1 noch. Ich wollte gerade sagen, aber du hast jetzt die Möglichkeit, auf 2-1 aufzuholen. Bis zum nächsten Mal. Ente gut, alles gut. Was? Tschüss. Okay, auch hier ist wieder ein bisschen gespoilert worden. Das können im Grunde nur die weißen Enten sein. Das ist völlig richtig. Man muss ja sagen, dass man ja in vielen Folgen am Ende dann nochmal ein bisschen Bezug bekommt und durch die Art der Abmoderation quasi auf, wie gesagt, hier ente gut, alles gut oder so. Oder dann die Interaktion nochmal mit Bibi. Wenn wir wirklich einfach nur das Tschüss gemacht hätten. Ja, also, es gibt so manche Sachen, da ähneln sich schon die Verabschiedungsrituale. Ja, auf jeden Fall. Jetzt bist du erstmal wieder dran. Ja, wir haben tatsächlich 2-1 für dich jetzt. Ich, 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 ich. Und ich? Für mich war wieder mal kein Eis da. Schon wieder Eis. Typisch. Naja, dann hole ich mir jetzt eben selber eins. Tschüss. Dann gehe ich jetzt zu das Schulfest. Ich habe dir doch gerade gesagt, wie das Schulfest endet. Stimmt. Das hat mir ja nicht zugehört, ne? Buh. Aber wo essen sie denn dann jetzt noch wieder Eis? Das Lufttaxi vielleicht? Auch wieder ganz, ganz knapp daneben. Ganz, 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 ganz knapp. Karl ergibt nicht ab, wo am Ende die Eisdiele eröffnet wird. Und Schmeichler bezahlt das Eis. Oh Mann. So, nämlich. Oh Mann. Den Punkt kriegst du aber. Echt? Ja, sicher. Okay. Gut, dann bist du wieder dran. Muss ich gerade überlegen. Du, ich habe dir jetzt, du hast 2 Punkte? Gut, okay. So. Na, den packe ich mal schnell in Folie. Und dann nichts wie nach Hause. Bis zum nächsten Hex, Hex. Ähm. Bis zum nächsten Mal, nicht wahr? Und schöne Weihnachten euch allen. Tschüss. Okay, der letzte Satz hat es wieder ein bisschen verraten. Ich hatte aber vorher schon den Riecher. Es ist Bibi und die Weihnachtsmänner, weil sich der Erzähler vorher beschwert. Er hat vergessen, sich selbst ein Braten zu besorgen und er bekommt dann vom Bibi einen mitgegeben. Da hast du völlig recht. Ja, und deshalb, genau, der wickelt den noch ein in Folie und nimmt ihn dann mit nach Hause. Genau, aber Weihnachten grenzt die Auswahl an möglichen Folgen ja sowieso ein. Okay, dann steht es 3 zu 2, weil du mir netterweise ja eben deinen Punkt, meinen Punkt gelassen hast. Okay, dann geht's weiter. Der 4. Ausschnitt für Antje. Da gehen Vater Bernhard, Bibi und Schubia schön einträchtig in den Keller. Barbara und Amanda verschwinden in der Küche und testen ihr Kräuterelixier. Und die alte Mania fliegt nach Hause mit ihrem alten Hexbuch voller verbotener Hexsprüche. Ende gut, alles gut, kann ich da nur sagen. Das dürfte, kann Papi Hexen sein. Voll richtig. Denn vorher sind sie alle bei den Blocksbergs zu Hause, dass Amanda jetzt noch bleibt, das wäre mir jetzt irgendwie nicht noch eingefallen. Aber wichtig war die Charaktere, die erwähnt werden. Und das Hexbuch natürlich. Und Gunter Schoß hat gesprochen, das heißt eine Folge jenseits der 69. Auf jeden Fall, genau. Geht's doch. Dann kommen wir jetzt zu meinem nächsten Ende. Damit müsste er sich doch in das neue Jahrtausend zurückbeamen können. Mal sehen. Na dann, tschüss ihr Lieben. Gut, Zeitreisenthema, der verhexte Kalender, Robby, Delta, Mega X. Das ist richtig. Ich hab's dir sehr einfach gemacht, merke ich gerade. Aber vielleicht habe ich ja auch einfach unterbewusst meine Lieblingsenden ausgewählt. Das kann sein, das kann sein. Okay, du bist. Weiter geht's. Nummer 5 für Antje. Und wenn's nächstes Jahr ans Meer geht, dann möchte ich auch wieder dabei sein. Was Bibi sich dann wohl wieder einfallen lässt, da bin ich sehr gespannt. Und doch, ich fahre jetzt nach Hause. Und ihr, ihr solltet jetzt endlich eure Hausaufgaben machen, klar? Oder ins Bett gehen. Je nachdem, wie spät es ist. Okay, wenn es nächstes Jahr ans Meer geht, dann würde ich erstmal ein paar Folgen in die engere Auswahl nehmen. Aber keine davon ist direkt eine Antwort. Würde ja der Schulausflug Sinn machen. Weil sie ja auch, glaube ich, zu Beginn auch darüber überlegen, wo es hingeht und alles. Aber ich meine, die endet anders. Als nächstes, wenn es nächstes Jahr ans Meer geht, könnte es auch der Flohmarkt sein. Stichwort Klassenreise. Es könnte zum Beispiel auch Bibi und die Vampire sein. Aber ich lege mich fest auf der Flohmarkt. Auf die Klassenreise, die dann nächstes Jahr ans Meer geht. Auweia! Was ist das von die Vampire? Auweia! Was war's? Du hast gerade noch eine dritte Folge genannt. Es war der Schulausflug? Juhu! Die Vampirfolge endet damit, dass der Erzähler sagt, auf den Seychellen gibt es keine Vampire. Okay, gut, das wäre also auch sehr deutlich. Und ich glaube, Flohmarkt-Folge endet die nicht damit, dass sich der Erzähler auch eine Bratwurst holt und die verspeist. Kann, glaube ich, sein. Kein Eis diesmal? Nee, kein Eis. Diesmal gibt es Bratwurst. Okay. Von Bernda Blocksberg, weil er sich nicht verhaften lassen wollte von den Polizisten. Okay, aber in meiner engeren Auswahl waren die richtigen Folgen, würde ich sagen. Können wir auch gerne nochmal auf den Podcast hinweisen, in dem wir mit Bibi um die Welt gereist sind. Und ich überlege gerade, wo hat Bibi denn noch so ihre Klassenfahrten denn gemacht? Paris ist natürlich eine sehr, sehr schöne Klassenreisen-Folge. Dann gab es noch den feuchsten Wandertag mit dem Runkelgrull. Aber da sind sie ja nicht so weit irgendwie gefahren. Also da waren sie ja irgendwo in der Umgebung. Bibi war, ja, das war keine Klassenreise mit Amerika. Ja, und dann ist halt immer die Diskussion mehr oder... Ja, oder der Wandertag, wenn es mal so in den Wald geht, ne, mit dem Einhorn. Oder beim Wandertag finden die ja auch das Dino-Ei. Okay, du bist dran. Also aktueller Stand 4 für mich und ich sag mal so, sagen wir mal 3,5 für dich. Das ist sehr, sehr freundlich, dass du mir das zugestehst. Jetzt bin ich wieder dran. Gut, was nehme ich denn? Ich muss eine Folge mir bis zum Ende aufheben. Nehmen wir jetzt mal die da. Ja, allerdings hat Bernhard Blocksberg was verpasst. Eine ziemlich verrückte Geschichte. Aber die wird Bibi ihrem Papi bestimmt gerne erzählen. Und sie wird ihm sicher gefallen. So wie sie mir gefallen hat. Und euch hoffentlich auch. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Bibi-Blocksberg-Geschichte. Okay, da muss ich jetzt nachdenken. Ich dachte, das ist nicht so einfach. Nee, das ist auch nicht einfach. Ich hab da jetzt so auch im Kopf 2, 3 in der näheren Auswahl. Dann leg mal los. Also wir hören Gunter Schoß, ganz klar. Das bedeutet, es ist eine Folge, ich hab's gerade gesagt, mindestens ab 69. Vermutlich eher ein bisschen später. Vorher haben wir ein bisschen noch Tumult gehört. Das heißt, Bibi muss irgendwo gewesen sein, wo viel Ramba Zamba war. Da war also Action vorher. Und bei dieser Action war Bernhard Blocksberg selber nicht bei. Okay. Es gibt ja mal so ein paar Folgen, die ich miteinander vermenge. Da gibt's unter anderem die Hexenküche. Die endet aber anders. Ähm, ich müsste auch gerade an den neuen Schulgarten denken, aber der wäre auch anders. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass es die Folge ist mit dem Debüt der neuen Eltern, Bodo Wolf, Gabriele Streichern. Das wäre die 93, Bibi braucht Hilfe. Ja. Ja. Ja, boah, geil. Ähm. Ja, juhu. Hui. Da wirst du... Boah, da muss ich jetzt echt, da muss ich grübeln jetzt. Ja, vor allen Dingen, du hast zwar genau gesagt, wie du's dir hergeleitet hast, aber ich hätt mir das so gar nicht herleiten können, weil in der Folge muss Tumult geherrscht haben. Ähm, ja, das ist aber ein großer Hinweis. Und, äh, dann halt, dass Bernhard dabei gewesen sein muss in der Folge, aber nicht beim Geschehen. Da kommen noch viel, viel mehr Folgen irgendwie. Ja, aber ich, ich hab so ein paar Folgen, die bei mir so vom Ablaufplan relativ ähnlich sind und die muss ich immer so ein bisschen koordinieren. Was ich ja interessant finde an der Folge braucht Hilfe ist so ein bisschen, das ist so eine von den Folgen, die so einen total banalen Titel hat. Und wo auch die Handlung eigentlich relativ banal ist und die aber gerade dadurch wirklich angenehm anzuhören ist. Wir hatten die Folge, glaube ich, auch gerade in unserer Folgen, über die wir noch nie gesprochen haben. Und es ist auf jeden Fall nicht die unangenehmste Folge in diesem, haben wir noch nie drüber gesprochen, Kosmos, oder? Und wie gesagt, der Titel spoilert im Grunde auch nix. Bibi braucht ja des Öfteren Hilfe, ne? Das ist es ja eben. Das ist es ja eben. Beim blauen Brief braucht es auch Hilfe von ihrer Mutter. Das stimmt. Und es ist auch wieder ein Cover übrigens mit einem typischen Motiv. Mehrere Leute stehen um einen Tisch drumherum. Okay, schön. Okay, ich muss raten. Du musst raten. Ich muss mal gerade gucken. Den hatte ich schon, den hatte ich schon. Ach, den hatten wir noch nicht. Und heute Abend gibt's also Grießbrei. Den mag Bibi für ihr Leben gern. Und Bernhard und Barbara Blocksberg auch. Mit Zucker und Zimt drauf. Hm, mir läuft schon wieder das Wasser im Munde zusammen. Deswegen werde ich jetzt auch nach Hause gehen und mir Grießbrei kochen. Wollt ihr euch nicht auch welchen machen? Es liegt ja nahe, dass es und die Märcheninsel ist. Warum? Weil da natürlich Grießbrei gekocht wird. Mhm. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Grießbrei-Folge, die Märcheninsel-Folge damit endet, dass Barbara Bibi Märchen vorliest. Ja, danach kommt aber noch was. Essen sie dann wirklich Grießbrei? Nein, aber es hat ja einen Grund, warum irgendwann mal ein zweiter Teil erschienen ist von der Märcheninsel. Ja. Aufgrund der Abmoderation des Erzählers. Oh ja. Und ich kann erst mal sagen, die hat nämlich nichts mit Grießbrei zu tun. Also bin ich schon mal auf dem richtigen Pfad, dass es nicht auf der Märcheninsel ist? Es ist nicht auf der Märcheninsel. Jetzt ist nur wirklich die Frage, warum sollte denn der Erzähler zu Grießbrei hinleiten? Warum isst die Familie Blocksberg Grießbrei? Weil Bibi vorher noch eine bestimmte Zutat besorgen musste. Das ist ein guter Hinweis. Dann könnte es der Supermarkt sein. Juhu! Denn wir wissen ja, dass die Supermarkt-Folge damit beginnt, dass Bibi Milch für Pfannkuchen holen muss. So ist das. Und sich da dann auch, glaube ich, noch ein Lutscher oder irgendwie eine Gummischlange, glaube ich, kauft. Und dann kommt ja diese Folge halt so in Gang. Und neulich ist mir aufgefallen, das ist von den alten Folgen ja eine wahnsinnig lange Folge. Ja, 52 Minuten. Wirklich. Da habe ich neulich irgendwie dann so geguckt. Ich hatte mir die Folge neu irgendwie runtergeladen, beziehungsweise gekauft. Und hatte gedacht, vielleicht habe ich da einen Extended Cut oder so. Und hatte die nie als so lange in Erinnerung. Ne Folge übrigens, die ich sehr, sehr mag. Ja, super Folge, außer in Top Ten. Und in der auch sehr früh wieder halt so gesellschafts-, fast wirtschaftlich relevante Themen ja schon drinstecken. Ich bin nur nach wie vor nicht mit dem Cover zufrieden. Das Cover ist irgendwie, repräsentiert die Folge für mich leider überhaupt nicht. Und wenn man das Cover, da können wir ja auch nochmal einen Hinweis geben, wir haben eine eigene Folge zum Coverdesign gemacht. Denn wenn man sich das Cover so anschaut, dann fragt man sich ein bisschen, also da ist ja überhaupt kein Abstand zwischen Supermarkt und dem Laden von Frau Gerber. Aber weißt du, was auffällt bei unseren Ausschnitten? Am Ende von den Bibi-Folgen wird sehr häufig gegessen, ne? Ja, das stimmt. Wir hatten jetzt den Grießbrei, wir hatten jetzt gerade schon den Weihnachtsbraten, wir hatten das Eis, gleich zweimal sogar. Ja, da hast du recht. Sind alle sehr verfressen bei den Blogs. Gut, dass wir dazu auch schon eine Folge gemacht haben. Apropos Folge, du musst wieder raten. Und ich meine, ich muss da weitermachen. Wie viel steht es denn? Es steht aktuell fünf zu so viereinhalb. Okay. Echt? Und Neustadt bekommt ab jetzt bis in die fernste Zukunft jedes Jahr ein schönes Fest. Was kann man sich mehr wünschen? Tja, ihr Lieben, das war's für heute. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ja, das ist das Ende einer Folge, wo wir uns ziemlich sicher sind, dass wir die in naher Zukunft mal ganz ausführlich analysieren müssen. Auf jeden Fall. Wir hatten gerade schon das Thema Zeitreisen gehabt, da ging es um den Robby und jetzt geht es um die verhexte Zeitreise. Das ist richtig. Und wie gesagt, über die Folge, also ich freue mich total, dass wir über die sprechen werden. Es ist von den jüngeren Folgen eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Ja. Und so im Nachgang muss man ja echt, müssen wir uns echt fragen, warum haben wir die bislang nicht besprochen? Weil die auch, und wir haben auch generell, wir haben kürzlich einen Podcast aufgenommen zum Thema Folgen, über die wir noch nie gesprochen haben. Und da kam uns so in den Sinn, hey, irgendwie, wir haben auch so generell über das Thema Zeitreisen und so noch gar nicht so viel gesprochen. Und dabei wird ja durchaus das ein oder andere Mal in der Zeit gereist. Und was ich sehr spannend finde, ist ja, das, das fällt mir auch jetzt erst auf, dass das Hexengesetz, der Hexenkodex nichts zum Thema Zeitreisen sagt. Es gibt in, es gibt in die Zukunft Sehen, da gibt es schwammige Aussagen, nennen wir es mal so. Aber müsste es nicht auch Regeln zum Thema Zeitreisen geben? Eigentlich ja, ne? Ja, das ist eigentlich so eine und auch. Weil wir wissen spätestens seit Zurück in die Zukunft, was Zeitreisen so anrichten können, ne? Ja. Dieses Rau-Zeit-Kontinuum. Ja, vor allen Dingen, man müsste doch auch irgendwie gerade im Hinblick auf die Junghexen und die Unbedarftheit der Junghexen, müsste man doch irgendwie Regeln finden, wie sehr man in den Verlauf der Zeit eingreifen darf und so. Also ich finde das ganz schön fahrlässig, dass dieses Zeitreisen so, so nebenbei abgehandelt wird, bei den, in den WB-Blaksberg-Clush-Spinnen. Das möchte ich an dieser Stelle einmal sagen. Und ich war jetzt gerade ein bisschen enttäuscht, am Ende wurde nicht gegessen. Ja, das stimmt. Generell, dann einfach auch generell keine gute Folge. Nein, natürlich nicht eine der besten. Du hast noch zwei. Ich habe noch zwei, das ist korrekt, denn du hast einfach zwischendurch irgendwann mal den Ablauf hier geändert. Ich bin da nicht näher drauf eingegangen. Ich habe den Ablauf geändert, nein. Ja, doch. Nein. Doch, du hattest einer, ich glaube, ich habe angefangen, dann du und dann warst wieder du. Nö. Doch, sonst macht das ja, doch, 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 doch. Schreibt uns da draußen, ihr habt es mitbekommen. Auf geht's. Dann sitzt die Familie noch lange zusammen und redet und redet bis tief in die Nacht. Aber das dauert mir doch etwas zu lange. Ich mache Schluss für heute. Also dann. Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ich wäre da jetzt fast bei der neuesten Folge der Hexenbesenausflug gewesen, weil da sitzen sie ja am Ende auch alle zusammen. Aber da du den Kopf unbewusst schüttelst, tue ich einfach so. Und da sitzt ja auch nicht nur die Familie. Das stimmt. Und du hast den Kopf halt, wie gesagt, geschüttelt. Und deshalb tue ich einfach so, als wäre das nur eine Mutmaßung gewesen. Ansonsten hätte ich noch die Idee, dass es die Nummer 127 ist. Bibi zieht aus. Denn das würde zumindest dahingehend Sinn machen, als dass sie da ja auch, die ganze Folge ist sehr zentriert auf das Blocksberghaus. Die Eltern sind sowieso die ganze Zeit irgendwie im Garten, haben sich dann vorher verkracht, sind jetzt wieder zusammen. Das würde total Sinn machen, wenn die danach irgendwie im Garten sitzen und reden. Ich hatte auch kurz die Folge Hexen unter Verdacht im Sinn. Aber wenn die endet, ich glaube, die endet damit, dass alle zusammensitzen und reden oder grillen oder irgendwie so. Es könnte auch Urlaub am See sein. Ich gebe dir mal einen Tipp. Die Folge ist nicht mehr so neu, wie du gerade denkst. Okay, dann. Sie ist zweistellig. Sie ist zweistellig? Sie ist zweistellig. Wo sitzen sie denn am Ende zusammen? Es könnte auch Hex-Spruch mit Folgen sein, aber da wären ja noch zwei andere Hexen dabei, nämlich die Thunderstorms und Tante Mania. Das ist echt schwer. Willst du dich auf was festlegen? Kannst du so ein paar Tipps geben? Die Folge so ein bisschen beschreiben, ob sie zu deinen Favoriten gehört oder eher nicht? Ich sage mal so, im Grunde hast du jetzt eigentlich gerade das Richtige gesagt. Hex-Spruch mit Folgen? Es ist Hex-Spruch mit Folgen. Aber was ist denn, also wird im Vorfeld gesagt, dass sie mit den Thunderstorms und so weiter zusammen... Die ganze Familie halt. Die ganze Familie, ja gut. Ich war jetzt natürlich bei den Blogspacks. Du wirst da ja immer sehr genau und hörst dann wirklich auf jedes Wort. Hex-Spruch mit Folgen erinnert mich vom Konzept, also von dem ersten Eindruck auch so ein bisschen an Bibi braucht Hilfe. Ja, ja. Weil es gibt ja auch tausend Folgen, in denen ein Hex-Spruch Folgen hat. Ja, natürlich. Und auch hier ist die Folge sehr zentriert und man ist, man ist jetzt nicht, fliegt jetzt nicht groß im wahrsten Sinne des Wortes in der Weltgeschichte umher. Ich gebe dir übrigens wieder einen halben Punkt. Dankeschön. Ja. Weil ich so viele Namen gesagt habe, in der Hoffnung, dass einer hängen bleibt. Ja gut, aber ich sage mal, als ich dir gesagt habe, es ist eine zweistellige, hast du es im Grunde ja direkt... Okay, da hast du natürlich recht. Richtig. Auf dem Schirm gehabt. Deine Meinung zu der Folge? Schöne Folge. Also ich fand sie am Anfang etwas anstrengend, aber je häufiger man sie hört, desto besser wird sie. Ja, ich finde, man hat das Gefühl, die Folge fehlt so ein bisschen der Mittelteil. Ja, ja, ja. Also die fängt an mit dem Problem, dann gibt es einen kurzen Mittelteil und dann ist da sehr schnell dann die Hinleitung zur Lösung. Also die Lösung braucht sehr lange für, wie gesagt, für die Hinleitung. Gut, das ist das Comeback der Thunderstorms, die nach Folge 36 zum dritten Mal dabei sind. Das hat ein bisschen gedauert und ansonsten, ja, was soll ich dazu sagen? Ja, schöne Folge. Ja. Jetzt muss ich mal gucken. Ich möchte nämlich nicht eine Folge versehentlich ein zweites Mal... Ich habe noch zwei. Ich habe auch noch zwei, genau. Nee, ich habe für dich noch eine und du für mich zwei. Richtig. Und eine habe ich mir mit Absicht für einen Schluss aufgenommen. Okay. Dann geht's los mit der vorletzten. Später beim Minikonzert dürfen Bibi und Flowey Powie dann ganz vorn in der ersten Reihe stehen. Und was soll ich sagen? Sie singen jedes Lied mit. Okay, also beim Minikonzert musste ich erst ein bisschen nachdenken. Aber nein, es ist nicht Sinomara. Da ist nämlich nicht Flowey Powie dabei, sondern Marita. Ja, es muss, ja, der Jupiter-Markt sein, der verhexte Staubsauger. Da gibt ja eben der, das Bübele am Ende sein Konzert. Und ja, von der Musik her, so Deutschrock war das, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Genau. Na gut. Ich habe, ich merke... Auch eine Folge, die bei uns in der Besprechung immer so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, oder? Genau. Nur jetzt haben wir sie ja direkt mehrfach erwähnt, kürzlich. Einmal, wie gesagt, bei den Folgen, über die wir noch nie gesprochen haben. Und dann bei der Technik, bei der Technik-Kurz-Podcast-Themen-Folge. Mit diesen sprechenden Geräten. So leicht verstörend ist die auch, ne? Ja, irgendwie schon. Aber die Folge hat bei mir wegen des Jupiter-Markts einfach einen Stein im Brett. Ja, okay, klar. Das ist natürlich... Weil ich mir die Folge dadurch halt auch wirklich sehr, sehr gut vorstellen kann. Denn der Saturn in Hamburg in der Mönchelbergstraße ist mein zweites Zuhause. Ach Gott. Deshalb passt das sehr gut. Aber ich habe schon das Gefühl, ich habe es dir insgesamt ein bisschen einfacher gemacht. Und ich habe extra Folgen genommen, bei denen deren Abmoderationen so halbwegs einzigartig sind tatsächlich. Aber gut, wenn du meinst, du musst es mir schwer machen, ist deine Sache. Dann mache ich es dir jetzt nochmal ganz schwer. Jetzt kommt nämlich der letzte Ausschnitt für Anche W. aus H. Dankeschön. Okay, ohne das hinzuleiten, war meine sofortige Assoziation der kleine Hexer schon wieder. Ohne, dass ich das jetzt groß begründen könnte. Das ist einfach so, ich habe es gehört und hatte der kleine Hexer im Kopf. Ich sage das jetzt einfach. Vielleicht war der erste Impuls direkt richtig. Aber ich glaube, es geht da auch... Aber da war, glaube ich, auch mehr mit Hähnchen am Ende nochmal, oder? Ich glaube, der kleine Hexer endet mit, die beiden machen noch weiter Streiche oder keine Ahnung. Ihr habt was mit den beiden, wird gesagt. Okay. In... Sagen wir es mal so, kleiner Tipp. Er spricht jetzt gerade darum, er geht. In dieser Folge geht es um was... Wird geflogen? In dieser Folge wird geflogen. Das ist der neue Hexenbild. Klasse! Ja, gut, aber das ist, ja, Viertelpunkt höchstens, höchstens, fände ich ja eine sehr anstrengende Folge. Es geht, glaube ich, vielen so, oder? Ja, weil sie, wie gesagt, sehr, sehr laut und sehr hektisch ist, ne? Ja, und das ist auch wieder, ich habe gerade schon bei Hexspruch mit Folgen drüber gesprochen, die Folge hat irgendwie auch keinen richtigen, also der Mittelteil besteht einfach nur daraus, dass Bibi rumfliegt und da passiert für mich einfach wirklich... Nein, der Spannungsbogen, der ist sehr, sehr schnell erreicht. Ja. Aber trotzdem, von der Spannung her gar nicht mal so schlecht, relativ dramatisch, ne? Wie Bibi da in Tausenden von Metern Höhe da rumfliegt, also so ganz ohne ist das alles nicht. Ne, das stimmt. Ja, ich habe ein Ende rausgesucht, das habe ich nur für dich gemacht und ich habe überlegt, ist mir das das wert... Ich bin mal gespannt, ob ich mir den achten Punkt jetzt hole. Ist mir das das wert, dir den Punkt zu schenken, aber für den Gag. Und Marita fand, das war ein richtiges super Schmusi-Abenteuer. Finde ich auch. Also dann, macht es gut, tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ich werde dich ab sofort mit höchster Verachtung betrachten. Alles für den Gag. Alles für den Gag. Egal, dieser Punkt sei dir geschenkt, aber du hast gestern... Und es war ja nur einmal Schmusi von insgesamt 100 Wörtern, die Schmusekätzchen, Schmusig oder Schmusi oder was heißen. Das stimmt, man muss dazu sagen, wir hatten im Vorfeld wohl uns, wir hatten bei einem einen Doppler, wurde uns im Vorfeld gesagt und dann, du hattest irgendwie einen mehr, deshalb musste ich noch einen nachliefern und dann meintest du halt zum Spaß, wehe, du nimmst das Schmusekätzchen so sinngemäß. Was ich übrigens sehr spannend finde ist, wir sind uns zwar einig, Stichwort Bibi und Tina, dass das Schmusepony auch nicht die beste Folge ist, aber da ist der Hass offenbar nicht so groß. Ja, weil es einfach nicht so penetrant ist. Da hast du recht. Ja gut, also du hast gewonnen mit 8 Punkten. Zu 5,5 habe ich dir gegeben. Die dir aber zum Teil auch wirklich geschenkt wurden. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Da hast du auch. Aber hier steht dann wieder einmal am Ende nicht nur der Sieger in Sachen Fachwissen fest, sondern auch der Sieger, die Siegerin in Sachen Menschlichkeit. Dazu fällt sogar mir mit meiner Großklappe jetzt nichts mehr ein. Herzlichen Glückwunsch, Anche. Hier, kriegst du nochmal so ein bisschen hier. Was haben wir hier für eine wunderschöne? Guck mal hier. Oh nein! Das fällt mir dazu ein. Okay. Vielleicht seht ihr, sagen wir so, schreibt uns da draußen gerne, wie viele ihr erraten hättet beim ersten Mal. Und dann sind wir gespannt, ob irgendjemand wirklich ernsthaft sagt, ich hätte genau wie Stefan alle 8 Punkte geholt. Jetzt überlege ich gerade, war da eine Folge jenseits der 100 bei? Bei mir nicht. Das kann ich dir bei dem Blick hierauf sagen. Ja, ich habe die 106 mit drin. Du weißt aus dem Kopf, das ist der Fall. Bist du der verhexte Staubsauger sein? Ach richtig, genau, der verhexte Staubsauger, richtig. Die war dabei. Genau, meine höchste war die 86 kann Papi hexen. Ich wollte gerade sagen, du hattest, glaube ich, sonst nur Folgen mit dem ersten beziehungsweise zweiten Sprecher, nicht wahr? Erzähler meinst du? Erzähler, ja. Nee, die 82 gerade, Hexenspruch mit Folgen. Die war auch noch dabei. Okay, nee, gut. Aber gut, ich lasse mich jetzt noch ein paar Tage abfeiern. Ja, auf jeden Fall. Gleich lasse ich noch die Sektkorken knallen. Auf jeden Fall. Aber erst, wenn ich heute Abend wieder in Härten bin. Ich habe nämlich noch fünf Stunden Autofahrt vor mir und mein Auto kann im Gegensatz zu dem der Thunderstorms nicht über den Stau hinweg fliegen. Ah, da hast du den Bogen hingekriegt. Siehste. Sehr, sehr schön. Okay, gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mit welchem Thema wissen wir zu diesem Punkt noch nicht. Ein Quiz wird es erstmal nicht geben. Schickt uns gerne Themenvorschläge und dann schauen wir, worüber wir nächste Woche so philosophieren werden. Es bleibt spannend. Ja. Aber, wie gesagt, die Spannung, sie steigt. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bibi Bloxberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings. Bibi Bloxberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Kassettenkinder. Bibi Bloxberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Kassettenkinder.